Jakob Wassermann, das Gold von Caramalka Das folgende wurde niedergeschrieben von dem Ritter und nachmaligen Mönch Domingo de Soria Luce in einem Kloster der Stadt Lima, wohin er sich 13 Jahre nach der Eroberung des Landes Peru zur Abkehr von der Welt begeben hatte. Im November des Jahres 1832 zogen wir, 300 Ritter und etliches Fußvolk, unter der Führung des Generals Francesco Pissarro, Friede seinem Andenken über das ungeheure Gebirge der Cordillieren. Ich will mich bei den Schwierigkeiten und Gefahren dieses Marsches nicht lange aufhalten. Es sei genug, wenn ich sage, dass wir manchmal glaubten, unsere letzte Stunde sei gekommen und die Qualen des Hungers und des Durstes noch gering anzuschlagen waren gegen die Schrecken der wilden Natur, die gähnenden Abgründe, die steilen Wege, die an vielen Stellen so schmal waren, dass wir von den Pferden absitzen und sie am Zügel hinter uns herziehen mussten. Auch von der gräuvollen Ödnis, der Kälte und den Schneestürmen will ich nicht reden und dass einige unter uns den unseligen Entschluss verfluchten, der sie in dieses menschenmörderische Land geführt hatte. Aber am siebten Tag waren unsere Leiden zu Ende und als es Abend wurde, betraten wir erschöpft und dennoch in unseren Gemütern erregt die Stadt Caramalka. Das Wetter, das seit dem Morgen schön gewesen, ließ jetzt Sturm befürchten und bald auch begann Regen mit Hagel vermischt zu fallen und es war kalt. Caramalka heißt so viel wie Froststadt. Es verwunderte uns sehr, dass wir die Stadt vollkommen verlassen fanden. Niemand trat aus den Häusern, uns zu begrüßen, wie wir es von den Gegenden an der Küste gewohnt waren. Wir ritten durch die Straßen, ohne einem lebendigen Wesen zu begegnen und ohne einen Laut zu hören, außer den Hufschlägen der Pferde und ihrem Echo. Bevor aber noch die Dunkelheit ganz einbrach, gewahrten wir längs der Berghänge, soweit das Auge reichte, eine unübersehbare Menge weißer Zelte, hingestreut wie Schneeflocken. Das war das Heer des Inka Atahualpa, und der Anblick erfüllte selbst die Mutigsten unter uns mit Bestürzung. Der General erachtete es für notwendig, eine Gesandtschaft an den Inka zu schicken, Er wählte dazu den jungen Ritter Hernando de Soto, mit dem mich eine aufrichtige Freundschaft verband, und 15 Reiter. Im letzten Augenblick erwirkte de Soto vom General die Erlaubnis für mich, dass ich ihn begleiten durfte, und ich war dessen froh. Wir brachen in der Morgenfrühe auf, das Gebirge bis in den Äther gipfelte zur Rechten, die blühende Ebene vor uns und zur Linken, alles war so neu, dass ich nur schaute und staunte. Nach einer Stunde gelangten wir an einen breiten Fluss, über den eine schöne hölzerne Brücke gebaut war. Dort wurden wir erwartet und in das Lager des Inka geführt. Alsbald standen wir in einem geräumigen Hof, um den eine Säulenheile lief. Die Säulen hatten kunstreiche Goldverzierungen, die Mauern waren mit gelbem und kobaltblauem Mörtel bekleidet, in der Mitte befand sich ein kreisrundes Steinbecken, das aus kupfernden Leitungen mit warmen und kaltem Wasser gespeist wurde. Prunkvoll geschmückte Edelleute und Frauen umgaben den Fürsten, der ein scharlachrotes Gewand trug, und um die Stirn als Zeichen seiner Herrschaft die rote Borla, deren Franzen ihm bis auf die Augen niederhingen. Er hatte ein hübsches Gesicht mit seltsam kristallendem Ausdruck und mochte gegen dreißig Jahre alt sein. Die Gestalt war kräftig und ebenmäßig, sein Wesen gebieterisch, dabei von einer Feinheit, die uns überraschte. Die Soto hatte den Dolmetscher Filippillo mitgenommen, einen unlängst getauften Eingeborenen, einen Menschen von tiefer Verschlagenheit, der in der Folge großes Unheil angerichtet hat, wie ich zu gegebener Zeit berichten werde. Ihn erfüllte ein Hass gegen seine Landsleute, dessen Art und Ursprung wir nie ganz ergründen konnten, und er war der einzige Rebell und Abtrünnige, den wir in Peru fanden. Mit seiner Hilfe also wendete sich De Soto redend an den Inka, errichtete die Grüße des Generals aus und lud Atahualpa mit ehrfurchtsvollen Worten ein, er möge geruhen, unseren Führer zu besuchen. Atahualpa erwiderte nichts. Keine Miene und kein Blick ließ merken, dass er die Rede verstanden habe. Seine Lieder waren gesenkt und erschien angestrengt zu überlegen, was der Sinn der gehörten Worte sei. Nach einer Weile sagte einer der ihm zur Seite stehenden Edelleute, »Es ist gut, Fremdling!« Dies setzte De Soto in Verlegenheit. Es war so unmöglich, den Gedanken des Fürsten und was er empfinden mochte zu erraten, als hätten Berge zwischen ihm und uns gestanden. Welch eine fremde Welt! Welch ein fremder Schein und Geist!« De Soto bat also den Inka auf eine höfliche, fast demütige Weise, ihm selbst mitzuteilen, was er beschlossen. Darauf glitt ein Lächeln über Atahualpas Züge. Ich habe dieses Lächeln späterhin noch oft wahrgenommen und es hat mich jedes Mal wunderlich ergriffen. Er erwiderte durch den Mund Philippi Los, »Meldet eurem Führer, dass ich Fasttage halte, die heute zu Ende gehen. Morgen will ich ihn besuchen. Er möge bis zu meiner Ankunft die Gebäude am Platz bewohnen, aber keine anderen. Was nachher geschehen soll, werde ich befehlen.« Wieder entstand ein Stillschweigen. Wir waren nicht von den Pferden abgesessen, weil wir uns im Sattel sicherer fühlten und den Peruanern, wie wir aus Erfahrung wussten, mehr Furcht einflößten. Da gewahrte die Soto, dass der Inka das feurige Tier, auf dem er vor ihm saß und das unruhig an seinem Gebiss kaute und auf den Boden stampfte, mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. De Soto war immer ein wenig eitel auf seine Reitkunst gewesen. Es lockte ihn, sie zu zeigen. Er dachte auch, dies werde einschüchternd auf den Fürsten wirken. Er ließ dem Tier die Zügel schießen, gab ihm die Sporen und sprengte über den gepflasterten Platz hin. Dann riss er es herum und hielt in vollem Lauf jäh an, indem er es fast auf die Hinterbeine warf, so nah bei dem Inka, dass etwas von dem Schaum, der die Nüstern des Pferdes bedeckte, auf das königliche Kleid spritzte. Die Trabanten und Höflinge waren von dem nie gesehenen Schauspiel so betroffen, dass sie unwillkürlich die Arme ausstreckten und bei der stürmischen Annäherung des Tieres entsetzt zurückwichen. Adhualpa selbst blieb so ruhig und kalt wie vorher. Es hat sich später die Sage gebildet, dass er diejenigen seiner Edelleute, die bei dieser Gelegenheit eine so schimpfliche Feigheit bewiesen hatten, noch am selben Tage habe hinrichten lassen. Aber das, wie so vieles sonst, was ich vernommen, ist nichts weiter als müßige und boshafte Erfindung, die das Bild des Fürsten besudeln sollte. Wir nahmen ehrbietigen Abschied von Adhualpa und ritten mit ganz anderen Empfindungen als noch vor Stunden zu den Unserigen zurück. Wir hatten den Inka inmitten seiner Heeresmacht gesehen, einer Heeresmacht, gegen die zu kämpfen, ein sinnloses Unterfangen war. 300 waren wir an der Zahl, weitere 300 erwarteten wir als Verstärkung aus San Miguel. Was sollten 600 ausrichten? Wieder die Myriaden. Das peruanische Lager hat uns einen Glanz und Reichtum gezeigt, der unsere Bannigkeit erregte vor den Hilfsmitteln des bisher geringgeschätzten Volkes, zudem eine Zucht und Gesittung, die einen ungleich höheren Kulturzustand verrieten als alles, was wir in den Gegenden der Küste erfahren hatten. Gold hatten wir genug und übergenug erblickt. Meine Augen hatten nicht ausgereicht, es zu erfassen. Die Farmer hatte wahrlich nicht gelogen und nicht einmal übertrieben. Die Farmer Die Farmer